Einen wunderschönen allerseits wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Kurz bevor dieses Tutorial anfängt und ich mit meiner eigentlichen Audiospur anfange, ich sitze hier gerade im Schnitt und versuche mal gerade noch was einzusprechen. Dieses Tutorial, habe ich ganz vergessen, ist geteilt in zwei kleine Teile, aber alle im gleichen Video. Im ersten Teil dieser ganzen Episode geht es darum, wie ihr einen optisch schönen Bahnübergang gestaltet kriegt, so wie das im Thumbnail ja auch geschrieben steht. Im zweiten Teil dieses Tutorials, so ungefähr ab der Minute 25 oder 20, ich weiß noch nicht, wie ich es schneiden werde, Tuldigung, vielleicht verlinke ich euch das einfach unten, die Zeitstempel. Der Teil 2 dieses Tutorials beschäftigt sich damit, wie ihr bei Revos und Ronix 69's Railway Replacer Mod die Bahnübergangstechnik ändern könnt. Also dass ihr anstatt eines Vanilla-Bahnübergangs eben zum Beispiel eine deutsche, ich glaube eine japanische und eine Schweizer Version von Schrankenanlagen bekommt, die auch tatsächlich funktionieren, so wie die normalen Vanilla-Bahnübergänge halt. Sozusagen ein Ersatz für die Vanilla-Bahnübergangsanlagen. Wenn ihr euch nur dafür interessiert, diese Anlagen eins zu eins zu tauschen und mit Design nichts am Hut habt, dann springt einfach vor zu der unten in der Videobeschreibung oben verlinkten Zeit. Und ansonsten viel Spaß mit dem Tutorial. Ich gebe mal ab an mich selbst und jetzt kommt die ganz normale Begrüßung auch. Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch oder Abend oder Nacht. Ich weiß wieder nicht, wann ich das Ganze hier hochlade. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Design City Skylines. Zu einem weiteren Tutorial zum Thema Eisenbahn. Heute mit dem Themenschwerpunkt Bahnübergänge. Wir sind wieder auf unserer kleinen Tutorial-Karte hier, auf der sind wir ja am Anfang gerade in der Cinematic wieder drüber geflogen. Hier hinten ist noch irgendwo das, was wir in der letzten Episode so gestaltet haben. Zumindest grob. Ich habe das für das Thumbnail natürlich noch so ein paar Häuser dahinter gesetzt. Eins davon glitscht in den Boden anscheinend. Das ist schön. Aber ansonsten, ja, ihr wisst, das Ganze hier war in der letzten Folge. Heute in dieser Folge kümmern wir uns mal so ein bisschen um das Thema Bahnübergänge. Ich habe mir hier mal einfach ganz dreist so eine Straße genommen. So eine typische Landstraße, Kreisstraße vielleicht auch irgendwo in der Provinz. Und wir sind natürlich immer noch beim Thema ländliche Region. Wir reden ja hier nicht mitten von der Großstadt. Deswegen entsprechend wenig Wohnbebauung. Gar keine, um genau zu sein. Das ist so ein typischer Bahnübergang mitten in der Pampa. Und den wollen wir heute mal ein bisschen optisch schöner gestalten. Zunächst einmal ist es dazu sicherlich irgendwie hilfreich, wenn wir mal wieder ein Stückchen zurückscrollen hier und uns erstmal einen Vanilla-Bahnübergang angucken und wie der denn so aussieht. Dazu brauche ich aber tatsächlich eine Vanilla-Straße, denn diese Straßentypen hier vorne, der generiert sehr komische Bahnübergänge. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, woran das liegt. Wird vermutlich irgendwie was mit dieser Straße zu tun haben. Ich nutze erstmal die ganz normale Bahnstrecke. Wir haben hier unsere Vanilla-Version davon und wir bauen jetzt einen Bahnübergang auf dieser ganz gewöhnlichen Strecke. Und wie wir sehen, entsteht an diesem Spiel standardmäßig genau so etwas. Das ist von der Ausstattung her irgendwie alles so ein bisschen verwirrend. Es gibt so gar kein Länderschema in diesem Bahnübergang von City Skyline selbst. Die Andreaskreuze, ja, die können wieder... Es ist irgendwie... Es ist nicht einfach zu erklären. Also die Blinklichter und die Andreaskreuze sind aus einem völlig unterschiedlichen Land und die Schranken, gut, die können jetzt alles sein. Aber er sieht nicht besonders schön aus. Das soll in City Skylines ja auch standardmäßig gar nicht sein. Aber wenn wir von Let's Design City Skylines reden, wollen wir das Ganze ja so ein bisschen schöner hinbekommen. Deswegen versuchen wir das doch jetzt mal. Wir versuchen jetzt erst einmal an dieser Stelle einen Bahnübergang zu gestalten. Und weil ich euch ganz doll lieb habe, bin ich ganz nett und sage euch direkt am Anfang dieses Tutorials, nach knapp zwei Minuten, es ist nicht möglich, ohne weiteres und ohne viel Getrickse in diesem Spiel einen Bahnübergang hinzubekommen, der auch funktioniert. Weil dieser Bahnübergänge, also mit funktionierenden Schranken und funktionierenden leuchtenden Lichtern, das ist von der Animation her immer etwas schwierig. Was wir hier aber hinbekommen können, ist einen Bahnübergang zu simulieren, der erst einmal realistisch aussieht, rein optisch, an dem die Autos mit den Zügen allerdings Freifahrt kollidieren werden oder durcheinander durchglitschen werden. Und ich kann euch hinterher mal, wenn wir zum Thema Signale und Co. kommen und Funktionsweise von Signalen in diesem Spiel, ab dem Moment werden wir auf diesen Bahnübergang wieder zurückkommen oder vielleicht auf irgendeinen anderen, den ich bis dahin gebaut habe. Und ich werde euch dann einzeln in diesem Tutorial dann Stück für Stück zeigen, wie ihr dafür sorgen könnt, einen Bahnübergang funktional zu gestalten. Das Ganze ist aber zu kompliziert, um das in dieses optische Tutorial reinzupacken, weil das ist einfach, das ist eben, muss man ein bisschen tricksen. So, genug geschnackt. Wir beginnen natürlich wieder mit unserem typischen Revo und Ronix 960 Railway Replacer Mod. So viele R's in einem kleinen Satz und einem kleinen Namen. Wir suchen uns mal wieder unsere ganz normale zweigleisige Strecke raus. Und was wir normalerweise gerade eben gemacht haben, ist ja, ich zeige es jetzt nicht nochmal, wir gehen hier vorne drauf und verbinden sozusagen diese Strecke mit der Straße. Das würde theoretisch problemlos funktionieren. Ich kann es mal ganz kurz hier vorne zeigen. Einmal die gemoddete Version sozusagen. Machen wir es einfach mal hier hin. So, und dann entsteht bei dem Railway Replacer Mod das Kunstwerk hier. Das ist eigentlich eine recht schöne Sache, dass man hier so eine Art Betonüberführung bekommen hat, damit wir hier so ein bisschen sanft drüber fahren kann. Aber es ist natürlich auch nicht wirklich realistisch. Das gleiche würde übrigens passieren, wenn wir eine eingleisige Strecke nehmen. Da wird das Ganze nicht passieren. Da haben wir nämlich jetzt hier vorne genau diese Problematik, dass die Gleise einfach so oben drauf liegen. Und wir können die auch nicht absenken, weil das Ganze ist ja eine Note. Sobald ich also jetzt hier auf die Gleise tippen würde und ich hebe die an, dann wächst der ganze Boden mit. Und wenn ich sie absenke, wächst der ganze Boden mit nach unten. Genau wie die Straße eben selber. Und das ist nicht besonders schön. Deswegen machen wir wieder unseren Trick 17. Wir nutzen einmal unsere ganz normalen Gleise hier vorne. Seit dem letzten Tutorial haben wir zwei eingleisige Strecken nebeneinander. Warum oder was es damit auf sich hat, kommt in dem Tutorial übrigens zum Thema Bahnhöfe. Wir nutzen die und wir verbinden die erst einmal brav miteinander. Das sollte eigentlich relativ gut geklappt haben. Hier hat auch nichts geglitscht. Nein, alles sieht wunderschön aus. Übrigens, kleiner Tipp am Rande. Ich habe natürlich hier unseren Bahndamm aus der letzten Folge wieder hier hin kopiert, weil ich den ja eigentlich ganz schön finde. Und weil wir diesen Bahndamm jetzt hier haben, habe ich die Straße an dieser Stelle einfach mal so einen kleinen Millimeter nach oben gehoben. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Also die ist um einen Ticken nach oben verlagert, um diesem Bahndamm sozusagen auf der gleichen Höhe zu sein. Seht ihr im ländlichen Raum relativ häufig, wenn ihr jetzt mal so typischer Fall Niedersachsen oder Schleswig-Holstein und ihr habt einen Bahnübergang irgendwo, der läuft auf einem Bahndamm. Hier vorne stehen die fünf Kühe rum oder da ist irgendein Feld und die Straße hebt sich so minimal an, um eben auf das Niveau der Schiene zu kommen. Das kann in manchen Fällen auch relativ steil sein, weil das ist jetzt nicht mein Fall. Ich habe es relativ flach gemacht, um möglichst sanften Überfahren dieses Bahnübergangs möglich zu machen. Und das Ganze ist in der Art und Weise erledigt. Was ihr vielleicht jetzt schon erkennen könnt, wir haben einen Vorteil gegenüber unserer Version von gerade eben. Und die Gleise sind nämlich ohne Schwellen auf der Straße. Wir haben dadurch, dass wir keine Node haben, auch keinen solchen Betonuntergrund generiert, sondern wir haben die Schiene, guckt jetzt minimal aus der Straße raus. Wir können sie leider Gottes nicht viel weiter absenken. Das ist übrigens die Node von der Straße, die ich jetzt in der Hand habe, weil noch tiefer und die Schiene verschwindet komplett. Eine Etage höher und die Schiene liegt wieder oben drauf. Wir heben die Straße um einen Tacken nach oben an und sorgen damit dafür, dass halt eben diese wunderschöne Schiene jetzt so ein bisschen schön versteckt ist. Man sieht, das ist schon relativ realistisch. Leider Gottes glitschen die Schrauben noch so ein bisschen durch, die die Schiene mit den Schwellen verbinden. Aber man kann nicht alles haben in diesem Spiel. Ihr könnt vielleicht noch mit Procedural Objects noch mit Asphalt darüber gehen und das versuchen zu verschwinden. Aber ich glaube ganz ehrlich, das fällt nicht auf. Der nächste Schritt, den wir dann machen werden. Wir nehmen uns, ihr erinnert euch vielleicht noch an unser Netzwerk hier vorne. Wir haben ja hier einmal dieses wunderschöne, unseren gespielten Bahndamm aus der letzten Episode. Und wir haben ja in der letzten Episode hier vorne einmal die Gleise in der Mitte mit Schotter gestüpft oder gestopft, wie auch immer man das nennen möchte. Wenn ihr die beiden Gleise wie in der letzten Folge ganz eng nebeneinander gelegt habt, ist dieser Spalt natürlich nicht da. Was wir machen ist, wir ziehen den einmal länger und ich empfehle den wirklich bis auf den Bahnübergang lang zu ziehen. Also zumindest bis hier hin, wo das optisch halt eben ist, damit ihr eben diesen Unterschied habt zwischen hellen und grauen Schotter. Der nächste Schritt ist natürlich hier diesen Bahndamm so ein Stückchen weiter zu ziehen. Ihr könnt ihn dahin ziehen, wo euch das gerade passt. Ich glaube, so sieht es ganz schön aus, relativ realistisch. Das Ganze sollte so passen. Hier hinten auf der Seite habe ich das Ganze natürlich jetzt mal sein gelassen, sonst sind wir ja zu lange dran. Hier hinten auf der Seite machen wir das Gleiche. Wir wählen natürlich nicht die Notes der Schiene aus, sondern ziehen die, nein, ich sagte nicht die Notes der Schiene aus und ziehen das Ganze einfach mal so ein paar Meter weiter und auch hier wieder den Schotter ein bisschen weiter. Sieht schon mal sehr viel schöner aus wie vorher, wie die Vanilla-Bauweise. Ich muss immer wieder gucken, das ist Vanilla und wir sind momentan in dem Zustand hier. Der nächste Schritt ist, ihr könnt natürlich hier übrigens nebenbei bemerkt, beliebig variieren, wie weit ihr diese Anzahl an realistischem Untergrund oder an reellem Untergrund haben wollt. Ihr könnt natürlich diesen Bahndamm so nah, wie ihr wollt, an diese Strecke ranziehen. Ich habe jetzt mal ein bisschen Abstand gehalten, um das so ein bisschen besser zeigen zu können. Ob ich jetzt habe ich die Strecke völlig krumm gemacht, das wollte ich nicht. So, nächster Schritt ist natürlich, wir wollen einen Bahnübergang haben und das heißt, wir klicken mal ganz kurz hier auf unser Find-it-Tool und suchen in erster Linie mal nach Barrier. Barrier ist einfach nur Barriere auf Englisch logischerweise und wir suchen nach einem Bahnübergang. Jetzt gibt es verschiedene Optionen. Jetzt kommt es darauf an, welches Thema ihr wählen wollt. Ihr könnt einmal das Schweizer Thema wählen. Das hat der liebe Revo hier auch schon schön simuliert mit so einer Schweizer Halbschranke. Ihr könnt natürlich auch eine Schweizer Vollschranke hinstellen, was noch viel Längeres und weiß der Geier, was noch viel, viel Längeres, vermutlich viel zu groß für diese Schranke ist oder für diese Straßenbreite ist. Ihr könnt natürlich irgendeine japanische Kreuzung nehmen oder aber, ihr macht jetzt einfach das, was ich auch nehme, wir nehmen einfach mal die deutsche Eisenbahnkreuzung. Die erste Feststellung davon ist, wenn ihr Revos Eisenbahnkreuzung abonniert, es gibt verschiedene Versionen davon. Es gibt nämlich einmal eine so lange, es gibt natürlich welche für verschiedenst lange Straßen mit drei Ampeln und zwei Andreaskreuzen, was natürlich schon eher Innenstadtbereich wäre jetzt. Wir entscheiden uns natürlich für die klassische Halbschranke, also die Sparausführung, wo wir halt eben nicht die ganze Straße auf voller Breite abschranken, sondern nur die Hälfte davon. Wenn ihr euch das ganz faul machen wollt, könnt ihr natürlich einfach nur eine Lichtzeichenanlage hier hinsetzen. Auch das wäre realistisch, allerdings dadurch, dass ich jetzt sage, das ist eine Straße mit etwas höherem Verkehrsaufkommen, weil es eine Kreisstraße ist, eine Landstraße, das wird vermutlich die starkst befahrene Straße im Umkreis von 50 Kilometern sein auf diesem Feld hier. Deswegen nehmen wir hier mal eine Halbschrankenversion davon. Danach nehmen wir uns natürlich noch einmal die ganz normale Lichtzeichenanlage und stellen die auf die andere Seite. Wir versuchen die natürlich so ein bisschen auszurichten. Wir nehmen dafür einmal die Props in MoveIt und richten das ganze Ding so aus, dass es auch tatsächlich auf die Straße scheint oder auf die Straße zuzeigt. Der nächste Schritt, den wir dann machen wollen, ist in allererster Linie mal, wir nehmen uns diese wunderschöne Schrankenkombination, wir kopieren die mit STRG und C und wir könnten die jetzt hier hinten wieder einfügen. Machen wir aber nicht, habe ich gerade entschlossen, wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wir suchen nämlich jetzt erst einmal nach der Haltelinie, die ein solcher Bahnübergang ja immer vorweisen muss. Wir suchen dafür nach White Line in unserem Fall, weil wir nach einer weißen Linie suchen. Ihr könnt euch da natürlich entsprechend kreativ ausleben. Entweder ihr nutzt Props dafür, also irgendwelche weißen Linien aus dem Steam Workshop als Props, oder aber ihr nehmt ein solches Netzwerk oder Network. White Line Decoil ist eigentlich ein ganz schönes, oder Decal ist natürlich eine ganz schöne Möglichkeit, um das Ganze zu nutzen. Ich nutze mal das Netzwerk, weil das Ganze einen weiteren Vorteil bietet. Upsala, das wollte ich gar nicht. Habe ich meinen Bahnübergang weggeschoben? Das war nicht das Ziel. Wir schieben das Ganze mal hier vorne hin. Der Grund dafür, warum ich diese Netzwerke lieber mag, ist dadurch, dass ich sie persönlich bestimmen kann, wie lang die Dinger eben werden. Das Netzwerk hier vorne kommt jetzt mal natürlich noch hier vorne dran und wir haben die jetzt in einem 90 Grad Winkel zueinander. Der nächste Schritt ist dann, das Ganze nochmal so ein bisschen anzupassen und dich hier vorne nochmal so ein bisschen zu verschieben. Und den machen wir natürlich ein bisschen kürzer. So und lass mich auswählen. So sieht das Ganze aus. Sieht schon mal aus wie die klassische Haltelinie. Ihr könnt natürlich auf diesen Abschnitt hier vorne theoretisch auch verzichten und einfach nur das als Haltelinie haben. Ich mag es immer persönlich, wenn da so ein bisschen was noch dazu kommt oder ein bisschen was noch als, ja ich sag mal, Einfädelung mit dabei ist. Danach kopieren wir jetzt all die ganzen Dinge, die wir gerade eben gesprochen haben. Sonst hätte ich die Linie ja gleich zweimal machen müssen. Und ich bin ja faul. Ihr kennt mich ja, geht ja nicht. Und wir kopieren das Ganze hier hinten auf die Seite. So ungefähr. Wobei hier vorne muss ich natürlich sagen, der Schrankenbaum ist ein bisschen zu nah am Gleis. Wir machen den mal noch so einen kleinen Tacken weiter weg. Jetzt gucken wir mal gerade, ob die Linie hier möglichst mittig ist. Und dann rechten wir das Ganze nochmal so ein bisschen aus. Wir können hier die Ampel nochmal so ein Stückchen verschieben. Die soll ja nicht mitten auf der Straße stehen. Und dann haben wir schon mal einen realistisch aussehenden Bahnübergang geschaffen. Hier vorne die Schrankenanlage kann auch so ein bisschen mehr gerade. Und dann sieht das Ganze schon deutlich besser aus wie vorher. Der nächste Schritt, den wir jetzt anfangen wollen, ist natürlich, wir gehen auf Bahnübergang. Das heißt tatsächlich so, auch im Steam Workshop, einmal auf Bahnübergang. Und suchen uns diese Annäherungsbarken. Aus der Fahrschule kennt man die vielleicht noch. Mit noch so und so viel Meter bis zum Bahnübergang. Je nachdem, wie viele Striche drauf sind. Ich schätze das jetzt einfach mal ab. Ihr könnt das natürlich im Spiel hinterher selber ausmessen, wie viel ihr da tatsächlich haben wollt. Ich nehme jetzt einfach mal, ups, es gibt die übrigens für jede Seite schönerweise. Einmal so in dem Abstand. Ich mache dann hier vorne nochmal so den Abstand. Es ist, upsala, das war die falsche für die falsche Seite. Mache ich gleich auf der anderen Seite nicht nochmal extra. Ihr könnt euch das ja vorstellen. Wir wollen das Ganze ja immer möglichst kurz halten. Hatte ich ja mal so angepeilt. Ich habe schon gemerkt, unter der ersten Folge, jemand hatte geschrieben, 10 Minuten habe ich angepeilt und es sind 20 geworden. Ich glaube, diese Folge wird auch 15 oder sowas lang. Also gut, ist jetzt vielleicht vom Abstand nicht optimal hier gelaufen, aber ihr könnt euch das glaube ich vorstellen. Einfach diese Bahnübergangsparken nehmen. Ihr müsst die hier vorne auch nicht beidseitig ausschildern. Ist auch relativ realistisch, einfach nur eine einseitige Ausschilderung zu haben. Wenn ihr jetzt natürlich ganz pingelig sein wollt, wenn ihr da hinten jetzt nur noch eine Lichtzeichenanlage hinbaut, also ohne Schranken, dann ist diese Schild, also beschrankter Bahnübergang erwarten, vielleicht nicht unbedingt richtig. Aber mein Gott, es ist ja auch eine technische Sicherung. Eigentlich könnt ihr das auch stehen lassen. Wie auch immer euch das gefällt. Auf der Seite wollte ich es nicht nochmal machen. Wäre ja doch etwas übertrieben. Das nächste, was wir machen ist, wir suchen nach Fans, nicht nach Mike Pence, sondern nach Fans und wir suchen nach irgendeinem schönen Zaun. Da kommt es jetzt natürlich wieder darauf an, welchen Zaun ihr gerne benutzen wollt. Ich nutze jetzt einfach mal irgendeinen. Ich habe so einen im Kopf. Hier genau den hier. Diesen wunderschönen Holzzaun. Das passt so schön in unsere Landschaft hier vorne rein. Den kann man wunderbar dafür verwenden. Ich muss mal den Abstand so ein bisschen noch anpassen hier. Und den schienen wir einfach mal so ein Stückchen weiter hier rüber, damit keiner einfach so als gedankliche Barriere für die Leute, die an diesem Bahnübergang warten müssen, einfach nur nicht auf die Gedanken kommen sollen, hier einfach über die Schranken drüber zu laufen oder entsprechend die roten Lichter zu ignorieren. Auch das ist nicht empfehlenswert. So, jetzt können wir hier vorne nochmal... Nee, dich wollte ich. Jetzt können wir dich hier vorne auch nochmal so ein bisschen länger machen. Es empfiehlt sich immer bei diesen Zäunchen auch, so ein paar kleine Details immer mit einzubauen. Also diese Zäune schon mal in der Mitte irgendwo kaputt zu brechen. Wo könnten wir das mal machen? Hier vorne können wir das mal machen. Du kannst dich jetzt mal nach da verdünnisieren und dann können wir dich nochmal so ein Stückchen nach hier hinten verschieben. So, dann haben wir jetzt mal so ein kaputtes Brett hier in diesem Zaun drin. Auch das ist relativ realistisch. Und dann können wir hier vorne natürlich ebenfalls das Ganze nochmal so ein bisschen in diese Richtung verlängern. Das gleiche gilt hier vorne für, wobei das Stück möchte ich jetzt mal heile machen. So, wobei, ich lasse mal das Stück da vorne weg. Ich nehme das Ding mal nach hier vorne und ich suche nochmal nach Chain. Chain, also Kette sozusagen. Genau, jetzt gucke ich mal, ob ich hier einfach mal so eine Art modernen Zaun beibekomme. Der ist natürlich ein bisschen hoch. Wir glitschen den einfach mal nach unten. Jetzt stellen wir uns einfach vor, hier hat irgendeiner mal angefangen irgendwas zu modernisieren. Wir könnten jetzt natürlich so ein ganzes Zaunsegment mal, könnten wir eigentlich mal machen, oder? Komm, weg damit. Was soll das? Das nutzen wir dich hier vorne mal. Einmal von da nach hier hinten rüber. So. Und natürlich das nochmal so ein Stückchen verschieben und das auf die gleiche Höhe wie der. Jetzt haben wir hier so ein Stück modernen Zaun. Dann haben wir jetzt hier vorne wieder den alten Zaun, der da weiterführt. Und das Ganze sieht schon deutlich besser aus. Danach beginnt das gleiche Elend wie immer. Wir nutzen wieder mal das übliche Prozedere, indem wir uns haufenweise Pflanzen aneignen, die wir jetzt hier hinstellen können. Im Regelfall sollten Büsche nicht in der Nähe von Bahnübergängen stehen, weil man ja als Autofahrer durchaus auch die Bahnstrecken einsehen können soll. Übrigens auch als Lokführer nebenbei bemerkt, wenn sich dort ein Fahrzeug nähert, kann man zumindest den Versuch einer Bremsung noch unternehmen. Hängt ja so ein bisschen davon ab, wie schnell man ist und wie schwer man ist. Ist bei der Eisenbahn immer schwierig mit Bremsen. Regelbremsweg bei Hauptbahnen der Eisenbahn in Deutschland sind 1000 Meter. Also wenn man da einmal gewaltig am Fahren ist, ist es nicht so einfach mit den Bremsen. Ich glaube, ich habe mein Gras vergessen. Das ist jetzt wieder so ein Satz, der kann in den Kommentaren lustig gewertet werden. Ist aber nicht als solcher gemeint. Wir nutzen einfach mal so ein bisschen höheres Gras hier vorne noch. Und natürlich, ich möchte irgendwo diese kleinen Grasbüschelchen nochmal haben. Wo sind sie hin? Ach komm, geh mal auf Trees, sonst muss ich hier die ganze Zeit danach suchen. Die hatte ich gerade. Ich wollte diese ganz da feinen Cluster. Das ist doch schön. Wenn man die nämlich zum Beispiel so benutzt, so zusammenhängt, dann kann man damit immer so ein... Huppala. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die mal so ein bisschen enger zusammen. Dann kann man damit immer eigentlich relativ schön so eine Hecke simulieren, die da so hoch gewachsen ist. So, könnt ihr übrigens alternativ zu dem Zaun benutzen. Oder ich mache jetzt mal diesen Zaun hier einfach komplett zur Hecke. Was soll's? Huppala. Kostet natürlich ganz viel Tree-Counter sozusagen. Aber ich denke mal, das ist noch in Ordnung. So, haben wir noch ein Stückchen Hecke hier vorne auf der Seite. Dann machen wir hier vorne auf der Seite auch einfach mal noch eine Hecke hin, damit das so ein bisschen symmetrisch aussieht. Der Zaun glitscht noch ein bisschen durch. Sieht auch relativ schön aus. Das hat man ja häufig, dass so eine Hecke irgendwie sich so wildwuchsartig breit gemacht hat. Dann können wir jetzt hier vorne... Ne, das machen wir mit Move It. Erstmal wieder so ein... Ne, so ein Busch, der ist mir auch wieder zu groß. Was nehmen wir denn mal? Komm, jetzt können wir hier mal so einen Busch hinsetzen. Der kann ja hier vorne auch wieder ein bisschen nach unten glitschen. Dann können wir hier wieder so einen Busch hinsetzen. Hier sowas. Auch wenn wir jetzt natürlich so ein bisschen das Sichtfeld kaputt machen. Aber ich will nicht allzu viel Zeit mit dem Dekorieren hier verbringen. Und dann haben wir hier vorne soweit gesehen. Erst einmal einen relativ realistischen Bahnübergang gebaut. Und damit willkommen zum Teil 2 unseres kleinen Tutorials. Was ich in der etwas improvisierten Einleitung ja schon angesprochen hatte. Ich möchte euch mal ganz kurz in allerkürzester Zeit zeigen, wie ihr mit Revos und Ronix 69 Railway Replacer Mod ganz einfach eure Schienenprops beziehungsweise damit auch alle Bahnübergänge im Spiel auf ein Niveau anpassen könnt, das euch vielleicht besser gefällt. Um das mal ganz kurz zu demonstrieren, nutzen wir jetzt irgendeine x-beliebige Bahnstrecke. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Bahnstrecke eine Vanilla-Bahnstrecke ist oder eine von den Bahnstrecken, die es im Spiel durch den Railway Replacer Mod gibt. Das spielt keine Rolle. Es geht ja schließlich nur um die Bahnübergänge. Das heißt, wir nehmen einfach mal diese Vanilla-Strecke, die wir hier vorne vor uns liegen, haben und nehmen uns eine ganz normale Straße, um mal eben hier drüber zu führen. Ich mache die mal 10 Meter in jede Richtung. Und wie ihr seht, spawnt das Spiel automatisch selbst dort einen Bahnübergang, nämlich den Vanilla-Bahnübergang, den das Spiel so selbst mit sich bringt. Wenn wir den jetzt etwas schöner haben wollen, einfach weil ihr sagt, diese Vanilla-Bahnübergang, die Schranken, die sehen so doof aus, ich will da irgendwas haben, was vielleicht auch besser zu meinem Map-Theme passt. Wenn ihr zum Beispiel ein asiatisches Theme habt, dann könnt ihr vielleicht eher sagen, ich möchte einen japanischen Bahnübergang haben oder ihr sagt, ich möchte einen Schweizer Bahnübergang oder einen deutschen Bahnübergang haben. Das sind die drei Auswahlmöglichkeiten, die ihr bis jetzt momentan habt. Es kommen ab und zu neue dazu. Wenn ihr das machen wollt und ihr habt den Railway Replacer Mod aktiviert, das ist immer ein ganz wichtiger Schritt. Erst einmal hier runter gucken und gucken, ob er hier im Auswahlmenü unter R auch auftaucht. Da vorne ist er. Hier gibt es natürlich noch so eine kleine Einstellungsmöglichkeit, die uns jetzt erstmal nicht großartig für Bahnübergänge interessiert. Die ist nur für die Oberleitung relevant. Er ist aktiviert, wir können mit ihm arbeiten. Was wir jetzt also machen wollen, ist im Spiel selber einmal die Alt-Taste, nicht Alt groß, einfach nur Alt, dann Shift oder Umschalt, spielt keine Rolle und P zu drücken. Und damit öffnet sich ein Kontextmenü, was so ein bisschen aussieht wie Procedural Objects, aber mit dem Railway Replacer Mod zu tun hat. Und da gibt es so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, nämlich wie ihr auf Revos oder auf diesen Railway Replacer, ich sage das jetzt sehr, sehr häufig, mir fällt noch keine Abkürzung dafür ein, die man nutzen könnte, auf den Standardbahnstrecken in diesem Spiel, zum Beispiel auf dieser hier, ihr könnt jetzt standardmäßig einstellen, welche Catanaries, also welche Oberleitungsmasten ihr verwenden wollt. Ich habe die standardmäßig auf Schweizer Version stehen, weil ich die über das Kontextmenü hier unten ohnehin separat einstellen kann. Double End Catanary, das sind zum Beispiel die Dinger, die automatisch gespawnt werden, wenn ein Gleis mit Oberleitung zu Ende ist, also wo die Oberleitung nicht im Nichts endet, sondern dass die automatisch abgespannt wird. Das gleiche gilt für Tunnel, das gilt für die normale, von Start bis Ende, und wieder Tunnel für eingleisige Strecken, Tunnel für zweigleisige Strecken und so weiter und so fort. Uns interessiert aber in allererster Linie nämlich die sogenannten Barriers, also die Schranken sozusagen. Es gibt die Short Barrier, es gibt die Medium, die Long und die Very Long. Es unterscheidet sich nach dem Standard, welche Straße ihr benutzt. Ihr habt einmal diese normalen, dann gibt es die Medium, dann gibt es die Long Straßen, also die Breiten und die ganz großen Straßenbreiten. Also nach dieser Gattung müsst ihr euch das hier vorne untereinander vorstellen. Und ich habe die Short Barrier für diese normale Straße momentan auf Vanilla stehen. Und wenn ich die jetzt mal auf die deutsche Version ändern möchte, ihr seht, hier habt ihr das Auswahlmenü zwischen Japanisch, Schweiz und Deutsch. Diese Version gibt es momentan. Dann seht ihr, ändert sich momentan noch nichts. Ihr nehmt jetzt einfach mal die Straße weg. Ein reines Upgrade selber ändert nichts. Ihr müsst die Straße also einmal neu ziehen. Und wir ziehen die einmal neu von hier oben, sagen wir mal von da über da nach da. Und ihr seht schon, wir haben ab sofort die deutschen Bahnübergänge hier vorne im Spiel. Wie gesagt, die Länge der Schrankenbäume könnt ihr manuell hier an dieser funktionalen Version nicht einstellen, weil halt eben das Spiel selber sozusagen vorgibt, welche Straßenbreite habe ich vorliegen und entsprechend dann diese Bahnübergänge spawnt. Es kommt übrigens auch darauf an, ob ihr gemoddete Straßen im Steam Workshop habt oder beispielsweise einfach nur eine Vanillastraße, so wie ich jetzt. Weil bei den gemoddeten Straßen kommt es immer ein bisschen darauf an, inwieweit die solche Bahnübergänge unterstützen. Je nachdem, welche Straße ihr da benutzt, kann es auch sein, dass gar kein Bahnübergang gespawnt wird. Aber das hat nichts mit diesem Mod zu tun, sondern das hängt in allererster Linie dann am Spiel selber. Dann wird nämlich auch kein Vanillabahnübergang gespawnt. Oder er wird nur auf einer Seite gespawnt und die andere Seite wird gar nicht gespawnt. Wie auch immer, es ist das Übliche. Das Schöne an dieser Version ist natürlich, ich habe ja am Anfang gesagt, es wird einmal unterschieden zwischen einem rein optischen Bahnübergang, den haben wir ja hier hinten jetzt, der rein optische Funktion hat und nicht funktional ist, und einem rein technisch-funktionalen Bahnübergang. Und dieser technisch-funktionale Bahnübergang funktioniert also auch tatsächlich. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. So viel Zeit haben wir ja. Wir sind eh schon wieder über eine halbe Stunde hier beschäftigt. Ich versuche mich ja immer zeitlich knapp zu halten, aber man will ja auch irgendwie alles erzählen und will ja nicht irgendwie kurz vorher irgendwas abbrechen oder sowas. So, ich schließe den mal ganz kurz hier auf die simpelste und schlechteste Art und Weise an das Streckennetz an. Und wir machen mal ganz kurz eine der simpelsten und langweiligsten Bahnlinien im Spiel, die wir jemals gebaut haben. Einmal von hier vorne bis nach hier hinten und wieder zurück. Retour. Dann stellen wir da einfach mal irgendeinen Zug drauf. Ich nehme jetzt mal die 420er ÖBB Baureihe, sozusagen die S-Bahn der Österreicher. Und wir nehmen die mal ganz kurz. Da ist sie gespawnt im Standardfarben. Und ihr seht jetzt schon, dieser Bahnübergang hat sich gerade geschlossen. Ich stelle mich mal ganz kurz hier hin, um euch das mal kurz zu demonstrieren. Der hat jetzt auch ein rotes Licht an. Die Gelblampe wird leider nie angesteuert, aber ich denke mal, das ist verschmerzbar. Und die Ampel geht aus und die Schranken öffnen sich. Und das Gleiche geht natürlich auch wieder hinzu, wenn der Zug zurückkommt. Da kommt er gerade. Ihr seht, das ist eine Alternative dazu. Wenn ihr persönlich sagt, ihr könnt mit diesem Hübbel, der automatisch mitgespawnt wird, ich gehe noch mal ganz kurz hier runter, mit diesem Straßenhübbel, der nun wirklich hoch ist. Wenn ihr sagt, ihr könnt mit diesem Hübbel leben, in eurer Letztdesign-Welt sozusagen, dann ist das in Ordnung. Dann könnt ihr diesen Bahnübergang sozusagen 1 zu 1, hoppala, wir haben kein Wasser und keinen Strom, genau 1 zu 1 hier vorne auch einbauen. Nur seid da, wie gesagt, euch darüber im Klaren, dass halt eben hier der Bahndamm entsprechend zwei Etagen tiefer sitzen wird. Also ich persönlich habe lieber nicht funktionierende Bahnübergänge, die relativ schön aussehen, anstatt Bahnübergänge, die funktionieren. Zumal es auch einen Trick gibt, diese Bahnübergänge dennoch funktional zu bekommen, halt eben nur nicht optisch. Also im Sinne von, um das mal so ein bisschen auszuführen, es gibt eine Möglichkeit mit viel Trickserei dafür zu sorgen, dass dieser Bahnübergang funktioniert. Das heißt, dass Autos vor dem auch stehen bleiben, aber die Schranken trotzdem offen sind und die Ampel aus ist. Das heißt, der ist nicht animiert, aber für die Autofahrer, die halten trotzdem an, wenn ein Zug kommt. Also das ist so die höchste Art von Kunstwerk, die ich bis jetzt in meiner Letztdesign-Welt noch hinbekommen habe. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und ein bisschen durch die Gegend frickeln würde, würde ich es vermutlich hinbekommen, auf einer funktionierenden Strecke, wo auch Züge fahren. Die hier endet ja jetzt im Nichts, links und rechts. Und wo natürlich auch Straßenverkehr ist. Auf dieser Straße fährt ja auch kein Auto momentan. Würde man es durchaus auch hinbekommen, dass diese Bahnschranken tatsächlich auch in Anführungszeichen funktional sind, obwohl sie nur Props sind. Das geht also durchaus. Das wäre aber eher was für das ganz viele Thema Signale und Tutorials zum Thema Signale in der Eisenbahn in Cities Skylines, wie man die positioniert und die nutzt, weil die Signale sind ganz, ganz wichtig für einen funktionierenden Bahnübergang hier im Spiel sozusagen, wenn man den gemoddet durch die Gegend schummeln kann. Von daher sprengt dieses Video auf jeden Fall. Ich hoffe mal, ich denke dran, das dann im Signaltutorial so ein bisschen mit anzuschneiden, das ganze Thema, um euch das einfach zu zeigen. Der Gedankengang, der euch eigentlich am allerwichtigsten dabei erscheinen kann, ist einfach die Tatsache zu wissen, dass ein Bahnübergang, und die Österreicher nennen das Ding deswegen auch so, ein nichts anderes ist wie eine Eisenbahnkreuzung. Also das Ding hier ist nichts anderes wie eine Straßenkreuzung. Nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben. Das heißt, im Endeffekt, wenn ihr es schafft, eine Straßenkreuzung mit einer Ampel auszustatten, wo Autos vorhalten, dann könnt ihr auch eine Schienenkreuzung mit einer Ampel ausstatten, wovor Autos halten, wenn ein Zug kommt. Aber das Ganze führt jetzt natürlich, wie gesagt, zu weit. Wenn ihr mit diesem kleinen Tipp schon was anfangen könnt, ist das sicherlich schön, wenn ihr da keine große Ahnung von habt, dann, ja, warten wir mal auf das nächste Tutorial. In diesem Sinne, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, euch hat das Ganze hier gefallen, und ich hoffe, ihr habt so ein paar Ideen bekommen, wie ihr sowas hier schön gestalten könnt. Es ist, wie gesagt, so eine kleine Serie jetzt momentan mit vielen kleinen Themen, immer mal wieder. Heute das Thema Bahnübergang, letzte Woche das Thema mit dem Bahndamm und wie man den hier optisch gestalten kann, den haben wir ja hier auch verwendet wieder. Hier ist ja alles so ein bisschen eine Etage höher. In der Orts macht dieser Bahndamm nicht unbedingt viel her. Oh, vor allen Dingen, weil die Ortschaft hier einfach viel zu hoch angelegt ist, wie ich gerade sehe. Ja, ich glaube, hier hinten hatten wir das schon mal schöner. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, geht es ja immer darum, ja, hier haben wir das schöner gemacht, da sind die Häuser einfach tiefer. Da kann man einfach sehr viel mit Optik durch die Gegend schummeln. Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat, wenn nicht, was euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.